Daran erkennst du, ob er auf dich steht. Forscher haben herausgefunden, dass sich unsere Stimmlage merklich ändert, wenn wir unser Gegenüber attraktiv finden. Männer sprechen besonders tief, wenn sie eine Frau anziehend finden und Interesse an ihr haben. Bei Frauen hingegen ist das Ganze etwas komplizierter, wie immer. Frauen wechseln nämlich ihre Stimmlage je nach Situation. Spricht eine Frau beim Date mit einer hohen Stimme, soll das Jugend und Weiblichkeit zum Ausdruck bringen. Spricht sie hingegen mit einer eher tieferen Stimme, hat sie ein eher sexuelles Interesse und sehnt sich nach Intimität. Also meine Lieben, achtet einfach beim nächsten Date mit eurem Crush mal darauf, wie die Tonlage von eurem Gegenüber ist.